Ich wollte doch bei mir mitfliegen. Meine Treppe! Ich weiß nicht, ob ich da einsteigen will. Gott, wir sterben. Christi, unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Ist er da, oder? Warten noch! Ist noch jemand draus. Wahrscheinlich passt er nicht mehr rein. Was? Co-Pilot war da auch nicht Platz. Was? Äh, okay, ich bin in einem... Oh, dammit. Ich bin in einem Container. Moment, komm da! Moment! Ich bin in einem Container. Ja! Sehr schön. Nein! Was ist mit Sling-Loading? Kann man dich vielleicht mitnehmen? Oh! Es ist wieder da, sehr schön. Der ist drin! Alle dritten! Noch nicht alle drin. Das ist voll, das Ding. Ja, der ist voll. Wir müssen uns da laufen. Ist nur ein Platz frei eigentlich, oder? Auf der Bank vor mir. Verwundet. Verräter! Nein, oder? Verräter! Untertitelung des ZDF, 2020